So, wie angekündigt gibt es natürlich eine weitere Folge Pokémon GO mit News und zwar zum Karneval in Pokémon GO. Das müsste jetzt glaube ich am Samstag rauskommen, am Sonntag kommt nämlich nichts, weil da ist ja die große Rätsel für Zuschauer-Folge. Montag versuche ich dann nochmal wegen dem Kando-Event und meine Edition zu wählen und eine richtig fette Sache rauszuhauen, aber erst am Montag. Deswegen heute alles zu Karneval in Pokémon GO. Hier seht ihr ein schönes Bild, man ist das schön, ich freue mich ja richtig, wenn ich das sehe freue ich mich nicht, wenn ich das sehe sage ich cool, wenn ich das sehe sage ich gehe da in den Ball und dann ist alles wieder super. Was steht jetzt hier? Karneval findet dieses Jahr erstmals auch in Pokémon GO statt, zumindest in Lateinamerika. Habe ich hier Zuschauer aus Lateinamerika? Schreib es mal in die Kommentare, Bro, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, den Rest können wir weglasen. Karneval, schon wieder, bisher nicht berücksichtigt? Kultur? Üblich, Japan-Taiwan-exklusive Events. Eng, Niantic, Pokémon Company, zusammen. 2020 begann der Niantic auch erstmals in Lateinamerika lokal begrenzte Events zu veranstalten mit dem Event zum Dia de los Muertos, dem Tag der Toden. Dies wird nun fortgesetzt mit einem Event zum lateinamerikanischen Karneval. Jetzt werdet ihr sagen, Ramses, was willst du überhaupt? Das ist doch eh nur in Lateinamerika. Aber ihr wisst ja, wir haben ja eigentlich die Möglichkeit, dass wir in Lateinamerika spielen können und können euch mitnehmen und können euch vor Ort das zeigen, was da abgeht. Das startet nämlich am 18. Februar 10 Uhr Ortszeit bis 19. Februar 20 Uhr Ortszeit. Das sind zwei Tage. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt genau ist. Das müsste dann Donnerstag und Freitag, glaube ich, sein. Vielleicht könnte man Donnerstag und Freitag jeweils eine Stunde streamen aus Lateinamerika vom Karneval-Event, wenn ihr Bock habt. Aber lohnt sich das? Was gibt es hier überhaupt? Die folgenden Länder... Na gut, die Länder... Ignoriert mal die Länder. Ich glaube, von den ganzen Sachen, die es hier gibt, würde ich wahrscheinlich mich auf Brasilien konzentrieren oder Mexiko. Wir waren ja schon mal in Mexiko mit Julchen zusammen. Vielleicht ist Julchen ja auch in Mexiko an dem Tag und wir können zusammen wieder streamen. Ich frage sie mal, was sie davon hält. Sie hat nämlich mit mir zusammen dieses Kastatur-Event in Mexiko gespielt, in einem Stream auch zusammen gelabert. Vielleicht ist sie so, für eine Stunde am Donnerstag, Freitag zu haben. Muss ich gucken, wie viel das kostet. Eine Stunde Julchen. Aber egal, was für Städte und sonst was. Das sind Event-Details. Jetzt kommt es nämlich, ob sich das lohnt. Der Geist des Karnevals. Blablabla. Dikta. Pummelhof. Capoeira. Also Capoeira klingt auf jeden Fall nett. Capoeira? Wilde Capoeira? Sind auf jeden Fall eine Seltenheit. Vielleicht ein hunderter Capoeira? Habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, ich muss mir an dem Tag einfach ein 100% Capoeira gönnen. Flemmli, Luturzel, Zierpurzel, Bronzel. Immer noch sehr cooles Pokémon. Somnium. Und Emolga erscheinen häufiger durch Rauch. Ach so, dann wird das mit dem 100er Capoeira wohl etwas schwieriger als gedacht. Egal. Somnium, das neue Pokémon, erscheint auch. Wir können also in Mexiko rumstehen oder in Brasilien und können einfach mal ein bisschen rauchen. Stunde rauchen, fertig, mehr nicht. Mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Pummelhof. Wer es noch braucht, Rauch hält während dem Event drei Stunden an. Müsste man ja eigentlich drei Stunden machen. Vielleicht von 17 bis 20 Uhr an beiden Tagen. Wäre durchaus möglich. Im Shop gibt es eine kostenlose Box. Mit 50 Pogebellen, zwei Rauch, zehn Himibären und einem Fanrate-Pass. Die kriegt ihr aber sicherlich nur, wenn ihr dort seid. Das heißt, hier wird man das nicht bekommen. Oder kriegt man das hier auch. Und kann dann eingeladen werden und das dann nutzen. Kann sein, ihr geht bei euch hier in den Shop. Da ist nichts. Wenn ihr aber in Lateinamerika in den Shop geht, dann ist da was. Sonst müsste man ja extra nach Lateinamerika sich teleportieren, damit man wenigstens den kostenlosen Fanrate-Pass abholt. Vielleicht gibt es das aber auch für alle. Damit man eben auch zum Beispiel eingeladen werden kann von anderen Leuten. Dann könnte ja jeder einen kostenlosen Fanrate-Pass sich abstauben und dann entweder für Cipurzo oder Emolga einlösen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist nämlich das nächste Thema. Raid-Stunden. Im Event finden exklusive Raid-Stunden statt, die theoretisch nur von dort gespielt werden können. Durch die Fanrate-Passe können jedoch eingeladene Spiele aus der ganzen Welt teilnehmen. Wie immer die Raid-Stunden von 18 bis 19 Uhr. Gut. Da haben wir das nächste Problem. Selbst wenn ich hier von 17 bis 20 Uhr streamen würde, da sind da keine Raid-Stunden. Die Raid-Stunden, wenn das zeitversetzt ist, jetzt denkt mal 6 Stunden dazu, dann wäre es bei uns vielleicht 0 Uhr und dann ist da die Raid-Stunde und 0 Uhr stream ich ja nicht mehr. Also Raid-Stunden wären jetzt nicht so heftig, aber hat überhaupt jemand Interesse an Raid-Stunden? Würdet ihr eine Cipurzo-Raid-Stunde mitmachen? Cipurzo-Raids für Zuschauer um 0 Uhr in der Nacht sich einladen lassen für Cipurzo-Raids? Klingt glaube ich komisch, will glaube ich keiner machen. E-Molga wäre da schon was anderes. Jemand, der noch gar kein E-Molga hat, würde vielleicht bei der E-Molga-Raid-Stunde einen Pass nutzen, um wenigstens den Pokédex-Eintrag zu holen. Aber E-Molga ist ja auch ein Pokémon, das sicherlich auch, weiß ich nicht, irgendwann bei uns vielleicht mal in die Raids kommt oder aus diversen Aufgaben, Feldforschungen, Eier, sonst was hin und her, könnt ihr es ja sowieso bekommen. Also Eier, wer von euch hat schon E-Molga, wer hat noch keins, schreibt es mal in die Kommentare. Was sagt ihr zu der Thematik Raid-Stunden, Raids für Zuschauer mit Cipurzo und E-Molga? Ist eigentlich Quatsch, oder? Aber diese Idee, vielleicht drei Stunden an beiden Tagen zu streamen, einfach mal den Rauch anzulassen, zu gucken, was es da so gibt, sich eine coole Location zu suchen und vielleicht mit Julchen zusammen zu chatten, klingt doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Muss ich gucken, ob sie Zeit hat, muss ich gucken, ob sie Interesse hat, ob sie Lust hat, ob sie sonst was. Wäre eine Gelegenheit. Ihr habt Julchen ja damals erlebt, ihr fandet die voll korrekt, habt gesagt, kannst du mal wieder mit Julchen zusammen, können wir natürlich machen, wäre also kein Problem. Okay, ansonsten steht noch ein Fazit dabei. Auf der einen Seite ist es erfreulich für die Spieler in Lateinamerika, einige Events. Auf der anderen Seite ist es fraglich, warum ein Karnevals-Event nicht auch in Europa stattfindet, wo Karneval ebenso gefeiert wird. Insbesondere, da Najentik explizit in der Ankündigung erwähnt, dass der Karneval ursprünglich aus Europa stammt. Ich glaube, die wollen uns einfach nur ärgern. Gerade im Hinblick auf das Event zum chinesischen Neujahr oder dem Thanksgiving-Event, welche sehr lokal spezifische Traditionen sind, ist es in unseren Augen nicht gerechtfertigt, dass Traditionen anderer Länder weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Hm. Stimmt. Die nehmen das und das und packen das einfach überall hin und das packen sie nur dahin, obwohl das eigentlich ja von uns kommt oder da seinen Ursprung hat. Naja, egal. Es ist, es steht außer Frage, es ist jetzt kein heftiges Event. Aber es wäre eine Gelegenheit, mal was Besonderes zu zeigen. Und vielleicht, äh, was war das? Stehen die Pokémon? Capoeira, genau. Einfach ein paar Capoeira mitnehmen. Vielleicht kriegt man ja einen Hunderter, vielleicht kriegt man ja ein gutes. Mal gucken. Euer Feedback entscheidet. Ich werde vielleicht auch mal eine Umfrage dazu machen noch, ob wir das streamen sollen, ja oder nein. Wenn ihr das Video euch angeguckt habt, wisst ihr ja ungefähr, um was es geht. Ich werde dann auf jeden Fall eine Umfrage dazu auch schalten. Äh, kurz davor. Also behaltet mal den Community-Tab im Auge. Je nachdem, wie das Interesse von eurer Seite aus ist und wie es mit Julien steht, ob die Zeit hat, ob die Bock hat, können wir uns ja kurzfristig noch entscheiden. Ansonsten, vielleicht gibt es irgendwann auch ein Karneval direkt bei uns. Ein Karnevals-Event. Dann würden wir uns natürlich freuen. Dann wieder aber mit Partyhünen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Tschüss. Arschschlag. Und du kannst die Zeit. Vielen Dank.